So Leute, da sind wir zurück bei Hearthstone unserer Druidenrunde Mal wieder? Schon wieder? Hatten wir die Schamann-Druiden? Keine Ahnung 2-0 Babam Gucken wie es jetzt noch weiter geht mit dem lieben kleinen Dudu Dudududududududu Ah Totaler Noob Der totale Noob, ich will den oben drüber haben Schon wieder ein Mage Nein, schon wieder anfangen What the fuck Ich will nicht immer anfangen Anfangen ist für den Arsch Ich hasse Die sind halt gegen den Mage total nutzlos eigentlich Okay, er hat eine komplett neue Hand Hoffentlich nur Mist Bitte sag mir, dass du nur Mist hast Bitte Nur Mist, ja Was tust du jetzt? Coin Okay Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr Krass Aua Das tut weh Den First Turn droppen ist wirklich Ja Hart Das wird ja immer ekliger Spielt der ein Agro Mage Deck oder was? Nehmen wir ihn? Das macht gar nicht keinen Unterschied Außer die Reihenfolge ein bisschen Neh Wenn ihr jetzt mit ihm ihn angreift Und damit hiermit da drauf macht Dann könnte er damit da hin Tu was Okay, ein Damage an uns Noch mehr Damage an uns Okay Oh Gott sei Dank So Jetzt können wir anfangen das Spiel umzudrehen Fünf Mana Ihn und ihn Bäm Ich bin schon wieder so auf 180 Weil ich echt Schiss hab vor ihm Ich hab für Mages immer Angst Kann nicht euch dabei sein Ich bin schon wieder so auf 180 oh Gott Ich bin schon wieder so auf 180 Ich bin schon wieder so auf 100 Also Vielen Dank.